Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Heute wieder zusammen mit Fresh Anton. Hallo. Und wir spielen hier gerade Rush. Rischisch? Rush? Ja, schon. Fahr mal bitte anders, ich habe Angst zu sterben. Ja, ich fahre jetzt gerade gar nicht mehr, weil ich gerade versuche hier ganz auf noobige Art und Weise das Ziel scharf zu machen. Und bam, so. Ziel ist scharf. Und wir spielen hier Insel Kark, ne? Rush, so. Jetzt habe ich es aber. Und ich hoffe, dass das Einsatzziel jetzt gezündet wird. Das wäre für meinen Tag ganz vorteilhaft. Nein! Dankeschön für die Hilfe. Und kommt da einer? Nein, aber ich bin tot. Ah! Ja, dementsprechend dann wohl ja. Ja, Funksstation zerstört, das ist schon mal ganz gut. Fahrzeug ist noch da, fährt ohne uns weg. Super Sache. Ähm, ja. Ne? Ach, da ist A. Ich laufe hier voll orientierungslos rum. Ich habe aber hier diese Map auch erst ein oder zweimal Rush gespielt. Ich will nicht denken, ich bin viel zu jung dazu. Viel zu schön und zu jung. Ja stimmt, zu schön bin ich auch. Oh, das ist ein Mitspieler. Baller weg, Junge. Junge. Bam. Hör, das sponnt der Gegner, Alter. Bei dich, Granate. Das tut er, er fährt einfach rückwärts wild, blind. So, dürfen wir jetzt vorrücken, oder? Ne. Der war doch gerade irgendwo ein Gegner. Äh. Verstehe ich nicht. Ähm, ähm, ähm. Ja, irgendwie ist gerade gar nichts gespottet. Wo sind denn die alle? Ja, wir müssen warten auf nächste Befehle. Steht doch dran, Mann. Ja, ich seh's, ich seh's doch. Mann. Ha! Gegner eliminiert. Ich dachte schon, du hast irgendwas weltbewegendes geleistet. Ja, ich hab einen Gegner eliminiert. Den Let's Play Cody. Nein, oder? Ist hier ein Let's Player auf dem Server, oder was? Scheinbar schon. Ja, der wird sich jetzt ganz schön ärgern, ne? Nein. Müssen wir das an den Kanal posten, die wir ihn umgebracht haben. Das mach ich ja auch nachher bei YouTube. Ich hab dich umgebracht, Noob. Dicker Noob. Hab dich voll umgebracht. Ja, fahr mal vor jetzt hier. Wo bin ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ehegung! Kann man eigentlich irgendwie diese Meldung rechts unten ausmachen? Blablabla, spielt jetzt Battlefield 3. Blablabla, spielt jetzt nicht mehr Battlefield 3. Blablabla war gerade auf dem Klo. Das interessiert mich alles gar nicht. Das geht mit Sicherheit. Hier, äh, sag mal. Macht also mir hier eigentlich niemand was? Ja, ich renne hier gerade durch die Landschaft. Weil alle Vehikelungen, die wir mir vorbeifahren, es für nicht nötig halten, mir zu helfen. Ach, in dir steht ein leerer Panzer. Das ist ja auch nett. Warte auf mich! Vielleicht ist es auch eine Falle und er ist mit C4 präpariert. Dann bin ich weg. Wenn du irgendwas siehst, sag Bescheid. Ratatatatatatatatatatatatatatam. Ratatatatatam. Ja, schon wieder 500 Punkte. Ja, hier ist es ja irgendwie ein bisschen eng, ne? Das kommt mir ein bisschen gruselig vor. Ich fahr mal ein Stück vor. Jetzt ist er eh. Ne? Und so. Genau. Das wollte ich auch grad sagen. Fahr ich mal da lang, oder? Äh, du fährst nicht. Ja, da würde ich nicht lang fahren. Fahr zurück. Ich komm sofort wieder her. Aber da oben ist einer. Auf dem Berg. Schieß da mal. Schieß da mal. Ach, der ist grad. Okay, das war einer von uns. Ich überleg grad, ob ich aussteig um den anderen. Halt mal die Stellung. Ich repariere mal schnell den anderen Panzer. Ach, der repariert schon selber. Na toll. Na gut. Ich komm zurück. Ah! Jetzt dürfen wir vor. Ja, verschwinde. Na, der ist wohl schon flatt. Na, meint er, ich bin abgeschmatzt. Aber das ist Quatsch, weißt du? Was ist Quatsch, weißt du? Dann hab ich den erstmal so richtig schön mit der Kopf... Faust... Solar Plexus, Junge. Ruhig bleiben! Und dann, wenn der Typ mal aufsteht, dann trittst du voll aus dem Bild. Ach, ja. Was geht hier so? Gar nix. Chill die mal hinterher. Wow, was hab ich da grad... WTF, was war das? Was ist passiert? Mich hat's grad so voll geschoben. So seitlich. Der Panzer wahrscheinlich, oder? Weiß nicht. Wo bist denn du? B ist scharf. Wo bist du? Ach, da bist du. Wir haben schon noch Feinde, oder? Ja, haben wir. Was machen die? Chillen die irgendwie ihr Leben, oder? Die smoken wheat every day. Ja. Wow, was war das? Da ist grad ein... Wo ich glaub, da kommt ein... Ne, ist von uns ein Panzer. Hä? Die machen schon gar nix, oder? Oder wir sind einfach extrem gut und besiegen sie allein durch Einschüchterung. Weißt du, die sehen halt den Namen Anne und Fresh Anton und dann denken sie sich schon so Wow, nigger. Uha. Guck mal, die Besten im anderen Team. Der Besten im anderen Team hat 640 Punkte. Das kann ja schon nicht sein, oder? Jetzt mach ich grad die andere Station scharf. Das kommt mir grad irgendwie ein bisschen vor wie... Haha, Verarschung. Ihr rafft nicht, dass man hier in diesem Spiel die Ziele nicht scharf machen darf. Oder sowas. Irgendwie sowas Dummes. Eine... Eine sehr verwirrende Runde. Ist schon ein bisschen verstörend, oder? Oha, jetzt hat jemand auf mich geschossen. Jetzt wird's ernst hier. Wow, you mad, bro? Oh, jetzt bin ich aber wütend. Also so geht's nicht. Wow, wow, wow. Jetzt hat mich vielleicht auch was getroffen. Was geht? Jetzt hab ich das dritte Ziel ausgeschaltet. Ah, da. Ne. Wo? Hä? Da hat jemand Z4 an euren Panzer gelegt. Ne, warte, warte. Ich repariere dich. Warte, 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 warte. Da spielt auch einer Terrorist-Takedown. Al-Akbar und so. Äh. Falschirm. Stirb doch. Verdammt, ich wollte ihn gerade umbringen. Tja, das war wohl nix. Hilfe bei Kill 92. You mad. Habe ich keinen Squad Leader mehr? Doch. Hab ich gerade aus Versehen einen Befehl ausgegeben? Irgendwie schon. Du bist irgendwie immer Squad Leader. Deswegen levelst du so schnell. Wieso, ihr kriegt doch auch Punkte, wenn ihr... Du kriegst wahrscheinlich nur deswegen dann keine Punkte, weil du nie meinen Befehle befolgst. Äh, 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 äh. Das ist schon die letzte Base. Wir sind pervers gut, Mann. Kranke Scheiße. Los, tötet ihn, tötet ihn. Ey, alter, Keule, Ufbaster, ich komm gleich und... Ich mach dir. Ich bin gestorben. Ich pack's ja nicht. Ich bin echt gestorben. Ernsthaft. Wie zur Hölle fiel denn der Typ? H ist auch scharf, B ist scharf, alles ist scharf. Ich weiß, ich bin auch scharf. Wir sind scharf. Natürlich auch. Die anderen nicht so. Boah, ich hatte gerade irgendwas geschossen. Ich glaub's ja nicht. Was machen die eigentlich? Die machen gar nichts. Was tun sie? Die tun nichts. Ich eskaliere hier gleich. Das ist ja fast so einfach. Das ist die, ich glaub, bisher witzigste Runde, die ich je gespielt hab. Ja, schon irgendwie. Es ist irgendwie, als wären die... Es ist einfach nur stupide von A nach B fahren, Punkte kassieren und gewonnen. Alter, wir haben gewonnen und ich bin Platz 1. Ich bin einfach zum allerersten Mal in meinem Leben most valuable player. Ohne Witz. Echt jetzt? Zum allerersten Mal. Aber vielleicht auch so 3 Minuten. Und das mit nicht mal 3.000 Punkten, das ist schon irgendwie arm. Und ich hab drei Ziele scharf gemacht. Geile Runde, ey. So schlecht einfach. Oh Mann, oh Mann. Das ist echt, das muss ich mir eigentlich screenshotten. Auch wenn es so erbärmlich ist, weil es ja meine erste, ne? So. Ich hab ein Kill, zwei Verluste und 412 Punkte. Und damit bin ich im anderen Team auf Platz 4. Bei uns auf Platz 12. Was ging denn bei denen, die waren noch nicht so schlecht, die anderen? Was haben die gemacht? Naja, es wird uns für immer ein Rätsel bleiben. Ringelpiez mit anfassen. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Das war ein kurzes Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.